Der kleinste Volkswagen hat bereits im Euro NCAP Crash-Test für sein Sicherheitskonzept 5 Sterne bekommen. Obwohl der Up ein klassischer Kleinwagen ist, haben die Ingenieure in Sachen Sicherheit nicht gespart. Er bietet im Falle eines Falles den bestmöglichen Schutz für Passagiere, aber auch für Fußgänger. Doch die Experten der Prüfgesellschaft waren von der City-Notbrems-Funktion des Up so begeistert, dass sie ihn deshalb mit dem Advanced Award ausgezeichnet haben. Er absetzt damit Maßstäbe, denn er ist bislang das einzige Fahrzeug im Segment, das mit einer City-Notbrems-Funktion ausgestattet werden kann. Wir haben dem Fahrzeug halt ein System spendiert, bei dem bei Stadtgeschwindigkeiten das Fahrzeug selbstständig bremst, wenn es auf ein Hindernis zufährt. Und das hilft natürlich besonders bei diesem kleinen hässlichen Crash, bei dem man eigentlich nur Ärger hat, weil halt Versicherungen da sind, weil Polizei kommt und so weiter. Das kann man damit vermeiden und das werden die Kunden sicherlich halt entsprechend schätzen. Ja, wir werden das natürlich auch in unseren anderen Modellen bringen, aber der Up, der spricht die Massen an. Das ist ein Volumenfahrzeug und wir haben halt mit der Demokratisierung mal von unten angefangen jetzt. Der Fahrer muss sich um die Bedienung der City-Notbrems-Funktion keine Gedanken machen. Das System ist zwischen 5 und 30 kmh automatisch aktiv. Per Lasersensor wird dann das Geschehen bis zu 10 Meter vor dem Up beobachtet.